Der Traum vom eigenen Haus. Langsam gewachsen, wohlüberlegt, individuell. Das persönliche Traumhaus wird mit eigenen Händen errichtet. Familie und Freunde wachsen zusammen. Gemeinsam mit erfahrenen Bauexperten wird der Traum verwirklicht. Das einzigartige Ich-Bau-Mit-System von Wimberger Haus macht es möglich und senkt die Baukosten um bis zu 25 Prozent bei Keller und Rohbau. Ist der Rohbau fertiggestellt und der Dachstuhl errichtet, steht für Bauherrn Verwandte und Freunde der gemütliche Teil an. Die gleichen Feier. Diese Tradition geht auf das 14. Jahrhundert zurück und ist eine schöne Gelegenheit, allen Helfern zu danken und den Baufortschritt zu präsentieren. Nachdem die Profis noch ein letztes Mal Hand angelegt haben, begeben sich alle Mitwirkenden auf das Dach. Dem Bauherrn wird die Ehre zuteil, symbolisch den letzten Nagel einzuschlagen. Danach verlesen der Zimmermann und seine Gesellen den Richtspruch. Die Baufamilie und ihre Wimberger Haus-Partner lassen die gleichen Feier bei einem gemütlichen Beisammensein in den gemeinsam verwirklichten eigenen vier Wänden ausklingen. Ich baue mit Wimberger Haus. Mein Haus wird wahr. Ich baue mit Wimberger Haus. Ich baue mit Wimberger Haus.